Hi Leute, heute wollen wir mal über Oli Hocher's Podcast sprechen. Und zwar wieder mit unserem kleinen Rocky, unserem kleinen Pudel. Der schläft, oder? Ja, der schläft, wenn man macht. Also wir hatten Oli's Podcast angehört, vom 25.02. war der. War sehr interessant. Ja, ich fand es wirklich gut und ich finde auch die Amira sehr, sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Auf dem Boden geblieben, ganz tolle, natürliche Frau. Und ich fand es auch wirklich, wie du sagst, sehr interessant, was der Oli gesagt hat. Und jetzt berichten wir darüber mal, wie wir das auch sehen. Also die Amira hat ja auch den Oli gefragt, warum er sich so gegen die Sarah Harrison eingeschossen hat. Ja, weil er wohl ständig über sie berichtet und wirklich so ein bisschen, ja, sich eingeschossen hat. Aber er meinte halt, und da muss ich ihm wirklich recht geben, weil die Sarah Harrison irgendwie ihre Kinder vermarktet. Ja, also sie vermarktet schon die Kinder, tut sie ständig mit Zeigen oder Fotos machen oder mit Videos. Und das findet er halt nicht gut. Und ich muss sagen, da gebe ich dem einfach recht. Ja, aber das machen ja viele so. Sobald die schwanger sind oder die werden extra schwanger, dass sie eine neue, praktisch, wie soll man sagen, Gruppe erreichen. Eine neue Zielgruppe, ja, die Eltern. Mehr Reichweite. Ja, Eltern, Mamis und so weiter. Und da hat Oli gesagt, ja, also das machen die extra so. Kann ich mir schon vorstellen irgendwie, ja. Also ich könnte es zwar nicht machen deswegen, aber und es ist ja auch so, hat er gemeint, wenn die ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen und wir, angenommen, wir sehen die irgendwo. Ich meine, ich kenne die Sarah persönlich, aber ich sehe sie jetzt nicht so irgendwo. Ich bin jetzt auch nicht mit der befreundet oder so. Aber wenn wir dann Fotos machen würden von ihr, dürften wir das auch veröffentlichen, weil die Kinder dann in der Öffentlichkeit stehen, ja. Wenn er, wenn wir da Fotos machen würden vom Oli Pocher, seine Kinder. Die hält er ja komplett raus aus dem ganzen Internet und alles. Also man sieht ja keine Fotos von denen. Genau, da dürfte man dann auch keine Fotos machen, weil die nicht schon Personen des öffentlichen Lebens sind, ja. Also wie die anderen. Das ist ja strafbar. Aber er hat ja gesagt, da rennen sie hinterher mit dem Handy und tun so, was weiß ich, dass sie telefonieren oder sonst was und machen heimlich Bilder. Also das finde ich auch krass. Ja, ich finde das auch ganz schlimm. Also da muss ich mir Oli recht geben. War ein toller Podcast. Podcast, Podcast. Podcast. Auch Amira. Ich finde sie eine ganz, ganz tolle Frau, ja. Und macht weiter so. Und dann war auch noch was sehr interessant, was er gemeint hat. Das mit Dubai, ja. Weil sie ja auch angefangen hat, irgendwie, dass die Influencer ja alle nach Dubai gehen und wie sich da eine Studentin, glaube ich, aus Österreich oder... Ja, Österreich war es. Genau, Wien. Was hat die sich jetzt geleistet, wo er gemeint hat, es könnte sich gar keine neue Brüste oder was weiß ich alles. Nein, Hotelsuite. Die kostet allein, glaube ich, schon, was hat er gesagt, 600 Euro pro Nacht. Ja, auf jeden Fall hat er dann gemeint, das sind alles Nutten, ja. Die gehen nach Dubai und dann gehen die auf so eine Yacht oder... Nein, die bekommen Einladungen. Ach so. Die werden eingeladen zu einer Party, ja. Sollen noch Freundinnen mitbringen bei irgendwelchen reichen Scheichs oder... Ja, hat die Amira wohl früher auch mal bekommen, also vor acht Jahren oder wann, bis sie das dann geschnallt hat. Da kam dann immer mehr, erst kam so Promotion-Job und dann immer mehr. Ja, ja, ich kenne ja sowas auch. Also, da ich ja eigentlich als Model und Schauspielerin arbeite und habe auch schon vor Jahren, mir fällt es nämlich jetzt ein, wo die das gesagt hat, ja, auch so Promotion-Job und so bekommen. Das ist nicht in Dubai, sondern das gab es auch woanders, Mallorca, Ibiza. Ja, klar, das gibt es überall auf der Welt. Genau, und da kriegen die dann, sagt der Olli, 10.000 bis 20.000 Euro, ja. Und so finanzieren die sich, ach, Louis Vuitton-Tasche hat sie gehabt und lauter halt so teure Marken, ja. Und er sagt, das sind alles Nutten, wo da halt die Influencer, wo nach Dubai... Ich meine, alles kannst du wahrscheinlich nicht sagen. Ja, bestimmt nicht alle, aber viele davon. Und natürlich auf Insta oder Sonstiges sieht man natürlich nur die schönen Selfies da auf der Yacht und so. Es ist immer die Frage, wie kommen die auf die Yacht, wem gehört die Yacht? Ja, jetzt ist auch die Frage, interessiert es uns eigentlich, kann jeder tun und lassen, was er will? Muss jeder selber wissen, was er für Geld macht, wie weiter geht? Genau, sehe ich auch so, leben lassen oder selber leben oder wie heißt das? Leben und leben lassen. Leben und leben lassen, bin heute auch schon ein bisschen matt, sorry. Leben und leben lassen. Also ich persönlich würde es nicht machen, ja, also auch mit dem ganzen MeToo, was ich schon erlebt habe in meinen Jobs, ja. Also ich würde es nicht machen, jeder muss es aber, wie gesagt, selber wissen, also ich verurteile da keinen. Und wie gesagt, der Olli, ich kann ihn verstehen, also ich kann seine Meinung auch verstehen. Und auch kann ich das verstehen, wenn er sagt, es gibt wirklich Influencer, die haben noch nie was geleistet und überhaupt Frauen, Mädels, die möchten dann wirklich einen reichen Mann, sahen dann irgendwie ab, ja. Oder machen nur ein Kind und dann denken sie, ja, super, kann ich ihn ja voll abzocken. Also das verstehe ich, also ich bin halt ein anderer Typ, ich stehe da eher auf der Amira ihrer Seite, wie sie auch sagt, sie wollte von ihm nichts, wenn sie sich trennen, das ist ja sein Geld. Also gut, wenn man Kinder hat, muss ich sagen, weil man, klar, dass die Kinder abgesichert sind und so weiter. Aber ich finde sie ganz toll, ich teile da auch ihre Meinung. Und natürlich gibt es viele Frauen, es gibt bestimmt auch einige Männer, wo Frauen abzocken, ja, also... Weniger wahrscheinlich. Weiß ich, ja, wahrscheinlich. Ja, die Frauen machen dann ihre Brüste, ihre Brüstegrüß, machen... Lippen. So wie sie zu mir in Amerika gesagt haben, bei der Mrs. World, weil hat auch eine gesagt, weißt du noch, machst du deine Brüstegrüß... Dann kommst du wieder. Kommst du nächstes Jahr wieder. Ja, also wie gesagt, jeden Designer, ich kann Olli verstehen, ja, jeder soll doch ein bisschen was leisten im Leben, ein bisschen selber vorankommen. Das ist doch auch ein tolles Gefühl, wenn man selber was erarbeitet hat, selber was geschafft hat, als vom Geld... Dann schätzt man das auch mehr, was jetzt ein Euro wert ist. Und nicht, naja, was weiß ich, man geht auf die Yacht, bekommt 10.000 Euro und zack, dann ist das Geld weg. Und dann geht man halt wieder auf die Yacht. Ja, aber das interessiert auch dich nicht. Wenn sie das machen wollen, dann sollen sie es doch machen. Und ob sie es dann schätzen oder nicht, weißt du, wie ich meine, das kann dir im Endeffekt dann auch egal sein, weil jeder, ja, macht ja eh das, was er will. Ja, aber für mich sind so goldiger Ladies, sage ich einfach, total fehl am Platz. Ja, mein Ding wäre es jetzt auch nicht, habe ich ja gesagt, aber wie gesagt, urteilen dürfen wir eigentlich auch nicht darüber, ja, oder muss jeder selber wissen. Aber ich verstehe auch um Olli seine Entscheidung so viel mal dazu. Ja. Also ganz toll, macht weiter so, Olli und Amira. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ja. Bis dann, liked, kommentiert und abonniert. Ciao. Ciao. Und danke. Tschüss. Ciao. Ciao.